Speistige Reiste reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo miteinander. Heute mal mit zwei Camps. Hier seid ihr. Wir gucken uns jetzt mal ein kleines Päckle an. Und zwar habe ich vom Astra liebe Grüße an der Stelle ein Päckle gekriegt. Ah scheiße ich habe die Adresse nicht gekriegt. Das ist wieder so eine Adresse. Ja wieder gut vorbereitet. Da ist es. Wir gucken jetzt einfach mal rein. So jetzt aber wieder zu der folglichen Sache. Ich muss jetzt mal gucken ob das so ist. Ich nehme die noch auf hier oder so. Hier Ori, ihr seid oder Alu? So ich habe mal aufgemacht hier aus Datenschätzengründen. Egal. Ich bin aufgeregt was nicht hier drin ist. Komm raus. Will ich nicht raus? Schreib uns auf. Ja moin. Alter. Guck mal. Ich krieg sogar mit einer Hand raus. WTF. Ah. Boah. Ohohohoho. Ohohohoho. Das ist spinnend ne. Junge hast du ne Macke? Das ist ein digitale. Das ist doch viel zu viel Junge. Das darf es immer gar nicht. Ja keine Ahnung. Dann passt mal. Du hast doch ne Macke. Echt jetzt mal. Ich habe extra noch gesagt. Ich brauche gar kein Ausziehen. LOL. Ist das das selbe was du hast Micha? Ne. Das ist ein bisschen. Das kann ein bisschen mehr. Sag ich mal so. Okay. Ne UPU 120 2 CS. Ist hier. Ultra Phosphor. 200 Megahertz. Guck mal. Ich weiß jetzt aber nicht ob ich mit der Kamera hier zu weit dran bin oder nicht. Das erste Mal ist mit der GoPro hier das mal. Ist halt ein Versuch. Wenn nicht habe ich ja noch das andere. Ja keine Ahnung Alter. Vielen lieben Dank. Das ist aber viel zu krass eigentlich ne. Ja. Ja. Warte mal. Ja. Ja. Warte mal Jungs. Ich zeig euch mal meins. 40. Ja. 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 Jetzt weiß ich mich ja wie es dir ging. Was willst du denn da noch sagen willst du? Da müsst du erst mal. Da müsst du erst mal. Da müsst du erst mal. Setz mich erst mal hin. Ist vielleicht besser. Ja. 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 Das waren Fish alert. Ja. 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 Sei. Ja. Ja. сли. Ja. Ja. ja mal platz gemacht jetzt ist halt die scheiße ich kann halt nicht die kamera oder aber mit einer handel wenn es rüberfliegt vertraue jetzt mal drauf dass die übelst guten weitwinkel hatte dass das jetzt hier so funktionieren muss wahrscheinlich nicht der fall sein guck mal ok jetzt sieht man wieder guck mal was ich vom pfuscher bin das regal ist schief ja aber das gibt es doch nicht jungs ohne scheiß seht ihr das also ich bin ja noch mit mit den jungs im discord ich sehe leider mein eigenes bild nicht vom discord ich drehe euch jetzt einfach mal siehst du das michael hier ja ja alles zu sehen alles gut what the f**k wir wollen mal testen ob das papier noch guck mal seht ihr das was willst du denn noch sagen der ostmeister hat es gewusst das passt genau dort rein das passt nicht mal ein blatt papier dazu das wird mir keiner die werden alle sachen das gestellt ja das ist gefällig was du vorhin vorbereitet ey wenn ihr das video dann ihr habt ja ja ihr habt ja das video vom vlog schon gesehen nichts gemessen nichts jetzt packt ihr das ostmeister aus und steckt das und eins passt also jetzt würde ich selber als zuschauer auch glauben dass das gestellt ist ne gut wer weiß krass ist krass auf jeden fall also hier da muss ich mich erstmal reinlesen phosphor oszilloskop und nein ich werde die displayschutz für hier nicht abmachen braucht du gar nicht fragen ja vielen lieben dank für jeden fall ich kann nochmal an dich ach eben also kann ich ja nie wieder gut machen alter mensch scheiße kennst du das michael da fühlst du dich so ein bisschen schlecht ne oder ja ein bisschen ist gut ja jetzt kannst du mich nachvollziehen ja ja aber ich bin trotzdem mega happy da können wir messen ach du scheiße ja ich bin dann erstmal 10-12 monate offline ich muss ja mal die mathematischen funktionen den ganzen das muss ich mir alles was angucken das hab ich ja denn ne aber ich bin also ich bin jetzt glaube ich gerade ein bisschen zu sehr geblendet ehrlich gesagt keine ahnung tschau 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 auf gute freunde